Ich hab Angst. Okay, wir müssen aber weiter. Könnt ihr mich das Spiel bitte vorwarnen, wenn es das macht? Okay, ich mach mal das Licht aus. Ich denke jetzt mal, wir dürfen nicht ins Licht. Und was passiert, wenn wir ins Licht gehen? Ich wollte es nur mal ausprobieren, okay? Okay, anscheinend werden wir zu Stein verwandelt. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Der Zug fährt da hinten immer noch. Okay, sehr gut. Oh Gott. Oben müssen wir weiter. Das wollte ich doch gar nicht verdammt. Ah! Verdammt, 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 verdammt. So. Ähm, ich wollte an dieses Kabel springen, das da ist. Das funktioniert nicht. Verdammt, verdammt. Okay, dann gehen wir einfach den normalen Weg. Was haltet ihr denn davon, oder? Aber das muss doch für irgendetwas da sein oder nicht. Nach oben scheinen kannst du es nicht, oder? Ja. Süß, wir haben kleine Fußabdrücke. Okay. Es ist auch so eine Art Speicherpunkt, wenn wir, ähm, wenn, ähm, wenn wir die kaputt machen. Hm. Hallo. 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 Lass mich, geh weg! Kommt, komm, 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 komm! Ich habe Angst, ich bleibe hier. Ich gehe nicht mehr weiter. Nein, nein, nein. Hallo? Nein, 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 nein. Ich hasse das. Oh Mann, okay. Augen zu. Und durch. Komm. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hey, was ist denn los? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht mehr zu spielen, ne? Kann ich das jetzt auch machen oder nicht? Nee. Hallo? Okay, wie ich das sehe, wir kommen hier nicht durch. Das heißt, wir müssen nicht da oben irgendwie. Okay. Nein, 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 komm, halt dich fest. Ah, jen. Speicherpunkt. Speicherpunkt. Sehr gut. Halt dich fest, Mädel. Zum Glück sind wir so klein, wir können alles als Leiter benutzen. Sehr gut. Vielleicht so. Komm schon, du darfst das. Komm. Okay. Nochmal versuchen. Okay. 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 Oh Gott. Au. Verdammt. Okay. Was? Warum? Ich habe doch oben den Speicherpunkt. Oder ist es kein Speicherpunkt? Okay. Okay. Und das ist kein Speicherpunkt. Und das ist ein Speicherpunkt. jetzt muss ich wieder nach da vorne ich sollte den x-knopf und die sprint hast du nicht gleichzeitig gedrückt halten dass das hat mir in diesem spiel schon oft das leben gekostet so ok einmal zurück dann sprinten und sprung wieso hält sie sich da nicht fest verdammt wie gesagt ich bin ein jump and run noob also probieren wir mal etwas anderes kommt sie da durch sehr gut ok ok spring sehr gut ja du darfst hoch und hopp ok hier kommen wir nicht durch ok verdammt es geht nicht weiter ok nein 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 doch ja 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 sehr gut und jetzt anlauf und jump sehr gut ja 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 Oh mein Gott, wie kann man so dumm sein? Nein, nicht im Ernst jetzt, jetzt muss ich wieder alles von vorne machen, nein, oh nein. Oh nein, oh nein, ich muss wieder alles von vorne machen, verdammt. Oh nein, ich muss wieder alles von vorne machen. Wer war das Kuh? Hallo, Auge. Okay, na, schon lange nicht mehr gesehen. Ich will nicht in Steine verwandelt werden, no! Verdammt! Ah, das kann doch nicht wahr sein! Ich sehe schon, dass ich sehr unfähig für dieses Spiel bin. Das kann mir keiner abstreiten. Okay. Puh! Okay. Puh! Du hast nicht in die Sondmädchen. Was? Das schaffe ich nicht! Nein! 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 Ich bin tot! Und tschüss! Wie soll man denn das auch wissen? Oh Mann. Oh nein, es ist wieder alles von vorne. Okay. Wir kriegen das nochmal hin, okay? Oh Mann. Wie, oh Mann. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es irgendjemanden gibt, der noch schlechter in diesem Spiel ist, oder? Und ich mach das nicht mal extra. Okay, jetzt volle Konzentration. Wir schaffen das. Ja, Auge, ich weiß, dass du mich siehst. Also, nein, du siehst mich nicht. Sehr gut. Okay. Sprint! Oh Mann! Das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz.